Wisst ihr, was ich mir gerade wünschen würde? Mauerbau! Dann wäre das Ganze nicht nötig! Dann würde ich eine ganze Mauer langziehen und dahinter ein paar Türme aufsetzen und im besten Fall läuft das dann. Wir haben hier unten was zu haben. Das Holz soll unsere Sorge gerade nicht sein. So, fast. Das ist normal. Hier wird noch eine zweite Schicht Türme hinterlassen. Und daraus werden Kanonentürme gemacht. Es geht halt wirklich darum, die Position hier zu verteidigen. Hier wird der Feind halt wirklich durchdringen wollen. Möglicherweise wäre es sinnvoll gewesen, die Fonte kleiner zu ziehen. Das hier so drumherum zu verteidigen. Dass er da reinrennen müsste, um zu kämpfen. Aber dann ist der Weg lang genug. Die feindlichen Schützen müssten von hier aus schießen und werden dann da direkt gelöscht. Zumal wir hier dann wahrscheinlich 16 Kanonen stehen haben werden. 12. Wahrscheinlich 12. Nicht 16. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Was macht ihr da? Ihr verhaltet euch so wie bisher auch nicht, wa? Ich zeige euch den Weg. Das Gebäude ist ausgebaut. Ja. Tun sie. Gut. Kein Problem. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich denke es ist unnötig, was wir gerade tun. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser Netze. Hier ist eine Lücke im Grenzwald, aber da ist es das Wasser. Und diesen Punkt hier wollen wir sowieso nicht unbedingt halten. Das ist Gelände, das uns keinen Nutzen bringt. Ausbau vollbracht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Nächsten Turm. Nächsten Turm. Ja. In Ordnung. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich meine ja, wir könnten hier abzuschauen, aber hier läuft der Feind auf eine wirkliche lange Front zu und stirbt dann einfach. Ich glaube, dieser Front hält wahrscheinlich am besten, wenn der Feind lange laufen muss. Dann wiederum weiß ich es nicht unbedingt. Das könnte nur nützlich sein, wenn der Feind einfach sofort hier stirbt. Aber dann ist die Angriffsfrequenz größer und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Türme irgendwann nicht mehr hinterher kommen. Denn eigentlich wäre es meine Präferenz nicht, die ganze Front hier vorne zu haben. Das Problem ist einfach nur, dass unsere wichtigen Gegenstände, unsere Dorfzentren, halt so verteilt sind, dass wir eine geschlossene Front brauchen, damit wir uns gegenseitig helfen können. Wenn wir die Front nicht komplett schließen, nur diese Schlüsselposition verteidigen, haben wir bereits festgestellt, eine Stellung wird dann plötzlich durchgehend brannt und wir müssen dann Truppen spezifisch abstellen, um die zu beschützen. Anstatt einfach an der nötigen Schlüsselposition der ganzen größeren Front auszuhelfen. Es ist halt wichtig für unsere eigenen Nachschubwege, dass wir die komplett schützen. Ja, ja. Ausbau abgeschlossen. Ich hab getan, was ihr wolltet. So. Das sind so viele Türme. Feltig. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Die können wir einfach so ausbauen. Was ist das Schwefel gerade? Wir haben noch tausend Unverädeltes. Lehm nimmt jetzt schon da ein bisschen zu. Das ist gut. Eisen geht immer noch klar. Sägewerke, die arbeiten. Sie strengen sich an. Sie bemühen sich ja. Ausbau folgenden. Das Schöne ist ja, der Feind muss ja über diesen Zerpertinenweg laufen. Das bedeutet, Bärenmenschen sind keine Gefahr. Das Einzige, was wirklich gefährlich werden könnte, an dieser Stelle sind halt Sperrwerfer. Das bedeutet, wir müssten hier möglicherweise weiter verstärken. Wir können hier davon ein bisschen schwächer lassen. Wenn die Bärenmenschen bis dann schon ausgedünnt sein werden. Hier werden wir also definitiv den Kanon-Türm verstärken müssen. Und der Rest kann sich dann gekümmert werden. Hier wiederum... Na gut, von hier aus kann nichts kommen. Da ist Wasser. Das heißt, theoretisch könnten wir diesen Punkt ja nutzen, um da Türme aufzustellen, die hier rüberschießen. Wenn wir hier eine ganze Bastion voller Kanon-Türme setzen würden, könnte das vielleicht die Sperrwerfer auslösen. Äh, ein bisschen ausdünnen. Gerade immer arbeiten wir nur an der Frage, an der Frage darum, wo wir wie standhalten können. Wo wir gegendrücken, wird eine ganz andere Frage sein. Und da ist der Sommer. Seht nur, es klarrt auf und wird wieder warm. Pure Blutvergießen, dass sie überall stattgefunden hat. Verändert der Sommer etwas an deren Bewegungsmuster? Scheinbar nicht. Ich glaube, die sind ja immer noch überfordert. Das ist ja gerade so vollkommen ungewohnt, den Sommer wieder zu sehen. Nachdem wir jetzt gewisse Massenstunden im Winter zugebracht haben. Das ist ja schön, dass sie das tun. Und verabschieden wir uns schon mal von 90% unseres Holzes. Einfach weg. So, wie wir schon gesagt hatten. Der nicht. Wobei, halt doch. So, im Endeffekt diese Flanke wird aus Kanon-Türmen bestehen. Alle Feinden, die bis hierhin weiterkommen, werden nur zerlegt. Diese Türme helfen dazu noch mal aus. Nein, das ist Wasser. Okay, alles gut. Okay. Ah, das wird schmerzhaft. Anfänger können wir mit einem Schwefel-Nachschub kommen. Aber den beschaffen wir uns erst mal am besten... Am besten beschaffen wir uns einen Schwefel-Nachschub, indem wir keinen Schwefel verlieren. Und am allerbesten lassen wir den Gegner möglichst in diese Fronten hier im Süden reinprallen. Befreien die Hand auf dieser Seite. Indem wir die Leute hier loswerden, so schnell es geht. Und dann können wir schauen, ob wir uns in der Lage sind, von hier aus Stück für Stück durchzuarbeiten durch deren Schwachsinn. Das bedeutet, wir werden einen großen Anzahl Stärke wirklich hier versammeln müssen. Wir haben hier keinen Platz für eine Kaserne gehabt, oder? Vielleicht schon. Wir brauchen einen theoretischen Platz für beides. Ich bin bereit, den Türmei einzureißen, wenn wir den Platz für eine Kaserne und einen Schießplatz kriegen. Kriegen wir! Oh! Okay, das ist gut. Dann möglicherweise werden wir ein paar so Dreitrupps-Schwertkämpfer immer vorne haben müssen, die die Bärenmenschen einfach von unseren Scharfschützen fernhalten. Oder die den Schaden einfach aufsaugen. Schwerter sind natürlich teuer. Ausbau fertig. Aber gern! Das ist uns klar. Aber wenn sie den Feind aufhalten können, während die Kanonen die Arbeit machen... Ich denke, wahrscheinlich wird es wirklich oft darauf hinauslaufen, dass die Kanonen alles machen werden. Die Scharfschützen einfach überfordert sein werden mit ihrem Leben. Vielleicht, wenn... Ja, nein, wir brauchen die Scharfschützen in der Offensive, um mit den Gebäuden fertig zu werden. Mit den... ...elendigen Hütten. Aber die Scharfschützen selbst sind nicht wirklich da, um den Angriff zu führen. Das sind die Kanonen. Sofort! Eine eurer Helden wird angegriffen. Pilgrim, wenn wir schon von sprechen. An der ganzen übrigen Front wollen wir möglichst viele Abelessenschützen aufstellen. Wir können den Schaden... ... oder den Angriff von den Türmen ablenken. Aber wir brauchen dafür Holz. Holz ohne Ende. Und hier funktioniert das soweit ganz gut. Die Gebäude werden nicht angriffen. Die Pilgrim und den Schaden stellen auf. Und die Feinde werden... ...generell getötet, bevor Pilgrim sterben kann. Ausbau abgeschlossen. Dann wiederum hier... ...möchte ich die Front eigentlich verkürzen. Das bedeutet nämlich, wir könnten unsere wenigen Truppen viel besser nach hierhin aufstellen, einfach. Also ich würde davon ausgehen, an dieser Front werden wir keine Truppen brauchen. Nicht, weil das hier gut funktioniert. Wenn nicht, dann... ...schon. Hier bin ich mir unsicher, in diesem Bereich. Kann sein, dass wir hier definitiv Truppen brauchen werden. Es kann sein, dass wir definitiv... Es kann sein, dass wir hier Truppen brauchen werden. Hier werden wir definitiv welche brauchen. Und hier weiß ich halt, wie gesagt, auch nicht. Hier gehe ich vielleicht zum Teil davon aus, dass... ...die Vorgabe schon in Bastion hier eine ganze Menge aufsaugt. Aber wir wissen nicht, was sie mit diesem Tor hier auf sich haben wird. Wir haben sowieso nicht vor, den Angriff zu starten, bevor nicht Winter ist. Im Sommer wäre das dämlich. Wir brauchen den Vorteil, dass die feindlichen Truppen sich im Winter langsamer bewegen. Von der Türmeer beschossen werden können. Ebenso wie die erhöhte Sichtweite. Und die mögliche Chance, dass hier Nachschub von Ravenna kommen könnte über die Flanke. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, hier werden wir Kanonentürme brauchen. Zu 100%. Vielleicht nicht in der Mitte, sondern vielleicht in die Flanken drumherum. Diese Stelle und diese Stelle wird Kanonentürme versorgen. Diese Stelle ist vielleicht aber auch nicht mal so sinnvoll. Also hier. Hier muss auf jeden Fall ein Batzen Kanonentürme hängen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Bisschen, Arno. Das Gebäude ist ausgeboren. Ein Held ist in großer Gefahr. Sehr gut. Wenn der Held in großer Gefahr ist, stirbt, dann kostet uns das kein verdammtes Holz. Wie viele Schwäfe können wir noch veredeln? 877. Äh, ich weiß nicht, ob wir davon der Lage sind, die nötigen... Elgrim ist am Ende seine Kräfte und Sanker zum Boden. Das hätten also doch erwischt nach Ewigkeiten. Heben mal auf. Ausbau abgeschlossen. Ihr seid gut darin, Leute aufzuheben. Wird gemacht. So, Pelgrim direkt in die Position halten. Wie ihr wünscht. Aber gern. Aber wir werden definitiv hier hoffenweise Kanonen brauchen. Und ich weiß nicht, ob wir die 100.000 Schwäfe erreichen werden mit dem veredelten Zeug. Oder mit dem unveredelten Zeug. Wahrscheinlich nicht. Aber das müssen wir auch nicht unbedingt. Was wir machen werden, ist, dass wir bis zum nächsten Winter einfach wortwörtlich einfach unseren Limes stehen haben werden. Und so, wenn der Limes steht... Können wir... Naja, bis der steht, werden wir alles an Holz gefällt haben, was existiert und hoffentlich gute Reserven haben. Feinde greifen ihn an. Ausbau abgeschlossen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ausbau vollbracht. Kommt ja nicht auf die Schuld, mir in die Schuhe zu schieben, wenn das gebrochen hat. Das ist ja noch ein Turm hin. Ich habe damit nämlich... Dieser Punkt hier darf einfach nicht fallen. Ich vergesse nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Lichtung... Ihr habt noch gar nicht weitergebaut, ne ganze Zeit. Ändert das. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir diese Position mit Kanonentürmen befestigen werden, aber wir werden das müssen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Das Gebäude ist ausgebaut. So, nur um sicherzustellen, dass wir den Anschluss an Raffwiller nicht verlieren. Und uns gegenartige Deckung geben können über das Wasser hier. Und ausbauen. Ich erwäge auch die Hausrühne zu zerstören und nur um zu sehen, wie die Feinde sich bewegen und dann neu zu laden. Das erwäge ich gerade, aber ich glaube nicht, dass wir das machen müssen. So, hakt ein bisschen den Platz frei. Aber gern! Das Gebäude ist ausgebaut. Kein kann nur diesen Weg gehen. Wenn wir hier so einen Batzen reinsetzen, dann beschließen wir gleich diesen Ort hier und diesen Ort hier. Wenn wir dazu dann noch hier auf diese Seite ein bisschen was aufstellen, können die über den Berg hinweg drauf schießen. Und dann müssten wir hier diese Front... Wahrscheinlich ist das Beste, wenn wir die Front verkürzen. Ich fürchte, es könnte das Sinnvollste sein. Aber bevor wir das machen können, müssen wir erstmal hier in Haufen Bäume loswerden. Und hier dann zu befestigen, wird gar nicht so einfach werden. Wenn wir so verkürzen, haben die Truppen nämlich viel kürzere Nachschubwege nach hier hin oder nach hier hin. Und müssen nicht den ganzen Weg dann durchgehen, ausgrund der Gefahr, dass sie hier in einen Angriff reingeraten könnten und sterben. Dann haben wir das hier als Rückzugsfront einfach auch übrig. Wahrscheinlich ist das besser. Wir müssen auf unsere Belagungskanonen einsetzen, um den Feind hier die ganze Zeit wegzuschießen. Aber wir sehen halt, die kommen halt sofort wieder nach. Das wäre ein kleiner Kraftakt, in dem wir nämlich die Ablässenschützen alle komplett sammeln. Mit Pilgrim, mit wahrscheinlich auch den Schwertkämpfern, oder zumindest drei Trupps von denen. Alle Kanonen. Und dann schießen wir den Feind hier zusammen, die ganze Zeit über, bis wir hier in unserer Turmfront stehen haben. Und den Feind im besten Fall hier zurückhalten kann. Im besten Fall, sage ich. Also im besten Fall setzen wir uns gar nicht hier oben hin. Sonst ziehen wir eine Front nach hier hin. Eine direkte Verbindung. Da können wir nämlich über den Berg hinweg noch drauf schießen, um dass der Feind sich zu gut wehren kann. Aber dafür möchte ich zuerst mal die anderen Seiten ja komplett abgesichert haben. Und abgeschlossen. Du müsstest auch alle Leibeigner aufwenden, um sofort die ganzen Bäume hier zu fällen. Denn es gibt nur eine begrenzte Zeit, wie wir in der Lage sind, hier durchzuhalten, bevor wir zu großer Verlust erleiden von meinem persönlichen Geschmack. Hauptsächlich in Bezug darauf, wie viele Kanonen wir verlieren können. Wir haben nur begrenzt viel Schwefe. Selbst unser Eisen arbeitet auf einem Zeitlimit aktuell. Und was Holz angeht, ist sowieso so eine Sache bei uns. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob wir wissen, was Holz überhaupt ist. So, die Bäume hier im Sumpf selbst sollten wir nicht fällen. Die halten die Gegner nämlich tatsächlich ein bisschen auf. Oh, hier haben wir noch Lücken, die wir schließen sollten. Ich weiß halt wirklich nicht, was auf uns zukommt. Das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob Crawford's Truppen mithelfen werden. Ob die nicht vielleicht noch bereit sind, einen Schritt weiter nach vorne zu tun. Ich weiß nicht, ob Ravenna uns beim Angriff unterstützen wird. Was meine persönliche Hoffnung wäre, dass sie das tun würden. Ich hab getan, was ihr wolltet. Aber gern. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Jupp. Ja, ja. Die Kanonengießer von hinten aus werden möglicherweise nach... Nein, die werden müssen nicht nach vorne geschoben werden. Aufwand gebracht. Wir müssen einfach nur sechs weitere Gießer hier vorne hinsetzen. Diesen Bereich. Und dann können wir mit allen Gießern noch... Was ist hier los? Dann können wir mit allen Gießern auf einmal unser Bevölkerungssystemet so drastisch überziehen, dass wir so viel Feuerkraft haben, wie wir brauchen. Um auf dieser Flanke hier durchzubrechen. Gesetz dem Fall, diese Flanke ist der beste Punkt zum Durchbrechen. Aktuell erscheint es mir so. Aber es könnte ganz genau so gut diese hier sein. Denn theoretisch haben wir von hier alles, was wir wollen. Theoretisch könnten wir hier einfach aufgeben, was der mich gemessen hat, wie viel Holz wir da reingestopft haben, und die einfach weiter gegen Ravenna rennen lassen. Wenn wir dann einfach hier die Front abschließen, unseren ganzen eigenen Aufwand verkürzen und einfach nur hier da verteidigen. Und dann von hier aus zuschlagen. Die Ruinenstadt ist da. Wir wissen halt zu wenig. Das erste, was wir auf jeden Fall machen werden, ist, sobald in der Position steht, wir werden einen Haufen Diebe ausbilden und sie zum Erkunden in den Sumpf schicken, damit wir ganz genau wissen, wo uns was erwartet. Deine Kundschafter werden im Sumpf einfach ermordet werden. Die, wir können getarnt bleiben und das ist, was wir brauchen werden. Wir werden Tarnkappen einen Kundschafter brauchen. Dafür müssen wir halt ausspähen, wo eventuelle Safe-Spots werden. Ja, da kommen wir nicht dran. Das hatten wir schon probiert. Da kommen wir auch nicht wirklich dran. Also wenn wir die naheliegendsten Gebäude schon zerstört kriegen, auf irgendeine Art und Weise, haben wir nicht noch mehr Kundschafter? Ja, wir bilden noch ein paar weitere aus. Ich weiß nicht, vielleicht können wir von hier aus... Hier haben wir auch keine Kundschafter benutzt. Vielleicht können wir hier irgendwas zerstören. Und diesen Weg für uns angenehmer machen. Eine eurer Helden wird angegriffen. Wenn wir das herausfinden könnten, wenn wir hier vielleicht schon weiter im Voraus schwächen können. Denn das ist, was wir machen müssen. Wir müssen im Voraus den Gegnern an den beiden Flanken schwächen, damit wir die Mitte am besten halten können. Aber gern! Denn in der Mitte zuerst anzugreifen, wäre gewissermaßen Selbstmord. Wir würden uns umzingeln. Ausbau fertig. Ich habe getan, was ihr wolltet. Ich habe getan, was ihr wolltet. Gut dann! Dann haben wir den alten Husten vorgehauen. Und der Dach-Chef. Natürlich. Natürlich. Wird erledigt. Jetzt ist das Holz nämlich gleich schon da weg. Wenn's denn sein muss. Aber gern. Wenn's denn sein muss. Hier, Turmin, sitzen wir nicht weise. Hier allerdings noch. So. Kommt ein richtig fetter Batzen. Und dann läuft das. Aber mit dem Rest, oder mit den restlichen Vorrückenmaßnahmen, befassen wir uns der nächsten Aufnahme. Ich werde jetzt hier erstmal ein kleines Päuschen einlegen. Wir haben heute nicht zu viel gemacht. Wir haben nicht viel anderes gemacht, als unsere Position zu verstärken. Diese Front hier noch kurz mal zu öffnen, und dass Ravenna hier nichts mehr zu tun hat. Was bedauerlich ist. Theoretisch hätten wir hier zuerst eingreifen können, um Ravenna das machen zu lassen. Aber wir mussten den Schwerfeld hier einfach komplett gesichert kriegen. In der nächsten Aufnahme werden wir dann wahrscheinlich weiter Zeit damit verbringen, den ganzen Platz freizuräumen und uns durchzuarbeiten. Gut. Unsere aktuellen Sachen. Und Soldaten. Da sind wir bei 212, weil wir ein paar Schwertkämpfer entlassen haben. 317 hatten wir zur höchsten Zeit. Da hatten wir aber auch so gut wie keine Leibeigenen, die inzwischen wieder ein bisschen zugenommen haben. Die Arbeiter. Lehm. Ja, wie wir sehen, Lehm ist komplett stagniert. Jetzt nimmt das langsam wieder zu. Eisen nimmt einfach nur zu. Die ganze Zeit über Talern nehmen gerade zu. Seit wir die Steuern normalisiert haben. Nicht mehr so sehr. Wir werden die Steuern wieder hochdrehen, sobald das Schwerfeld komplett veredelt ist. Aber es geht halt gerade darum, dass wir möglichst große Reserven anfressen. Steine geben wir gerade drastisch aus. Schwefel. Ah, wir könnten vielleicht die 100.000 knacken. Aber es wird nicht dabei bleiben, weil wir noch Kanonentürme und Kanonen bauen müssen. Holz. Holz ist unser größtes Problem. 76 Gebäude zerstört, 97 Gebäude verloren. Alles Türme, Turmbaustellen und Köderbaustellen. 96.438 Leute erledigt und 2.259 verloren bisher. Es werden noch drastisch mehr Leute sterben. Im besten Fall werden unsere Verluste nicht drastisch steigen. Das liegt davon ab, wie subtil wir vorgehen können. Auf alle Fälle bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder bei der 5, dem Erbe der Königer. Bis dahin viel Spaß und Cheerio.